schon wieder mitte januar echt krass wie die zeit verfliegt und heute möchte ich euch die langlaufläuten im entlebuch vorstellen in hoher und sonniger lage liegen die top präparierten langlaufläuten salvidelis eingebettet in die atemberaubende bergkulisse luzerns das entlebuch überzeugt seine gäste mit unvergesslichen naturerlebnissen auf insgesamt 27 leupen kilometern das biosphärengebiet entlebuch teilt sich in die gebiete söhrenberg bzw salvideli finsterwald und escholzmatt marbach wobei salvideli die abwechslungsreichten leupen der schweiz zu bieten hat an insgesamt 125 sage und schreibe 125 betriebstagen könnt ihr diese im skating oder im klassischen stil genießen und am ausgangspunkt dem berggasthaus salvideli oberhalb von söhrenberg ist sogar ein kleiner umkleideraum mit duschgelegenheiten vorhanden echt klasse leupen die kleine leupe die zopfläupe die panoramaläupe alle bei uns auch nachzulesen im blog ja gleichen namens denn ich möchte euch noch ein paar übernachtungsmöglichkeiten vorstellen ganz kurz zusammengefasst einmal das ferienhaus sc mit 25 betten dann unser bauernhof salvideli der bis zu 30 personen aufnehmen kann und das gruppenhaus birkenhof auf 1100 meter höhe und auch ein tolles haus für insgesamt 17 personen könnt ihr alle finden auf gruppenhaus.ch also schaut mal rein wer gern langlaufen geht das lohnt sich echt im entlebuch ganz tolle leupen und ganz tolle häuser wir wünschen euch einen schönen winter und bis nächste woche euer andré tschau tschau